Lassen Sie Ihr Geschäft aufblühen Als Amway-Geschäftspartner müssen Sie Ihre Kontakte pflegen. Dazu gehören Ihre Geschäftsgruppe, bestehende und künftige Kunden. Das bedeutet auch, dass Sie stets auf dem aktuellen Stand sein sollten, was deren Bestellungen betrifft. Sie können so auch Ihre eigene Leistung und Ihren Punktestand verfolgen. Die Amway-Website ist ein umfassendes Online-Geschäftstool. Nutzen Sie sie, um Ihr Amway-Geschäft zu organisieren. Die Beobachtung Ihres Geschäfts wird so einfach für Sie, wie das Einkaufen für Ihre Kunden. Kontrollieren und verwalten Sie Ihr Geschäft. Verwenden Sie beim ersten Anmelden auf der Website die Logindaten, die Sie von Amway erhalten haben. Im Anschluss daran richten Sie Ihre eigenen persönlichen Zugangsdaten ein, die Sie von jetzt an verwenden werden. Sie haben jetzt Zugriff auf Ihr Online-Büro bei Amway. Ganz oben auf der Seite sehen Sie die wichtigsten Geschäftsinformationen wie Ihre PWGV und Meldungen zu Bestellungen. Sehen Sie, wie einfach es ist, eine Bestellung zu prüfen und abzuschließen, die Sie selbst oder einer Ihrer Kunden veranlasst haben. Klicken Sie auf die Bestellung, um alle Produkte zu sehen, die Ihr Kunde haben möchte. Sie können einige oder alle Produkte wählen und diese anschließend in den Warenkorb legen. Sie können Bestellungen mehrere Personen gleichzeitig bearbeiten. Und wenn die Bestellung nicht durch die Website erfasst wurde, können Sie sie manuell eingeben.